Daher in der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Damit zieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für sich einen vorläufigen Schlussstrich unter die Flugblatt-Affäre um Stellvertreter Hubert Aiwanger. Söder gibt bekannt, dass nach Auswertung eines 25 Punkte umfassenden Fragenkatalogs an den Chef der Freien Wähler er diesen nicht aus dessen Amt entlässt. Im persönlichen Gespräch habe Söder gemerkt, wie sehr ihn die Sache belaste. Und ein langes persönliches Gespräch gestern Abend sind jetzt die Basis für die Abwägung und Entscheidung. Vorab muss man sagen, leider war sein Krisenmanagement der letzten Woche nicht sehr glücklich. Er hätte angesichts des Vorwurfs des Antisemitismus früher entschlossener, umfassender aufklären müssen. Dennoch, für die bayerische Landesregierung sei der ganze Vorfall mehr als ärgerlich. Natürlich sind viele Gefühle verletzt, zu viel Schaden entstanden und zu viel Glaubwürdigkeit verloren. Daher mein ernst und gut gemeinter Rat. Auch wenn all die Sachen lang her sind, ist es wichtig, die Reue und die Demut zu zeigen. Ich finde, es ist nicht entscheidend allein, was man mit 16 sagt, sondern wie man als 52-Jähriger damit heute umgeht. Und wer ernsthaft bereut, der kann auch leichter auf Verzeihung hoffen. Aiwanger selbst gibt sich kämpferisch. Ich sage voraus, Bayern wird auch in Zukunft von einer bürgerlichen Koalition aus Christsozialen und Freien Wählern regiert. In Bayern wird am 8. Oktober gewählt.